Kaff dir ein Erste-Hilfe-Kit, du wirst es nicht bereuen. Wolltest du wirklich wieder einkaufen? Ja, wir wollen dich irgendwie aushalten. Warte ich. Ich hab bloß keine Ahnung, wo wir jetzt hin müssen, das ist das Problem. Oldhaven? Ja, aber wo halt Oldhaven ist, hab ich keine Ahnung. Deswegen können wir einfach nur durch die Gegend fahren, dass wir irgendwann in Oldhaven sind. Hätte ich vielleicht von Newhaven ausstatten wollen, oder? Ich vermute mir, dass es irgendwann Rust-Commons-East anschließt. Stimmt, das könnte sein. Soll ich nochmal versuchen, wo ich nach Rust-Commons-East erst nächstes kann? Obwohl, ne, hier schließt's glaub ich an. Schließt's glaub ich hier an. Auf der anderen Seite? Ne, da oben. Keine Ahnung, was da oben ist. Ach, die sind Level 20. Jetzt lade ich einfach durch. Ich hab keinen Bock auf die Viecher. Ja. Ja. Ja, ist eigentlich einfach am Vorbeirennen, die sich hier zu erschießen. Wir sind zu langsam. Wir sind zu langsam. Scheiß Rax. Was sieht aus? Äh, du musst hier links. Ist auch ein bisschen mit der Köse ums Dorf. Egal. Ja, tut mir leid, es war so mehr in der Richtung ausgeschrieben, deswegen bin ich hier lang gefahren. Muss ich oben auf die Brücke? Ja, hier, ja genau. Du musst auf die Brücke. Wir wollen auch auf die Brücke. Wir sind die Brücken, Brücken, Kinder. Eieieieiei. Wir sind die Brücken, Brücken, Kinder. Und es ist auch Rasko. Rechts hoch. Nee. Was? Sie kommen jetzt so bekannt vor. Fast so eine Stelle gab es schon. Geht wir wohl ins 2 auch. Da findest du auch ein Roboter, der Mensch sein will. Und ich würde behaupten, hier wird man nie hoch. Ja, aber das ist doch auf der... Nee, nee, das ist schon hier unten der Eingang, der markiert ist. So träge ich auf der Map. Map. Also doch, Rust come ins East. Warum habe ich mich jetzt bewegt? Weiß ich nicht. Weil du dich bewegen wolltest. Weil du Sport machen willst. Und wenn es bloß Fingerdrücken ist. Weißt du, was mein Vater gesagt hat? Also finde ich eigentlich gar nicht mehr so schlecht, dass du in der Halbleiterindustrie anfangen willst. Dann hörst du endlich mal mit Rauchen auf. Vier Stunden vor darfst du keine Rauchen, dann zwölf Stunden Schicht. Das stimmt aber wirklich. Äh, will jemand mitfahren? Oder Marco, wenn, dann musst du dort prüfen beim Benni. Der springt dann nämlich gleich raus. Ja, los. Steig ein und wechsel. Oder? Ja. Sind wir im Mittel of No, weil warum sind wir überhaupt irgendwo? Ach, egal. Hier wahrscheinlich gleich links, oder? Stimmt, wohin? Dann über die Brücke? Ja, genau. Über die Brücke sind wir noch nicht gefahren. Denke ich. Oder? Ne, da drüben ist Janis Town. Darüber sind wir schon drüber gefahren. Sind es nur noch gerade zu. Oh. Also, okay. Stimmt, da machen wir mal. Dann geht's in ein neues Gebiet. Yay, neues Gebiet, neues Gebiet, neues Gebiet. Neues Gebiet. Oh, ne, ne. Was? Aber hier darf ich nie mit dem Auto reisen. Jetzt wahrscheinlich direkt in das Stadtgebiet. Ja. Ja. Ah, der Bereich. Jetzt wird's lustig. Jetzt nützen uns die Säure-Waffen was. Yes. Warum? Weil jetzt gepanzerte Gegner kommen. Rauch-Signale, Ermittlungen in Old Haven. Ah, Notrufsignale. Rauch-Signale löschen. Er braucht auch keine Säure-Waffen mehr. Ja. Ah, gut. Außerteil, Regenwerfer. Ja, jetzt wird's nämlich echt lustig. Hier kommen offensichtlich Gegner. Wenn ich mich recht erinnere. Noch keiner da? Ne, noch nie. Noch. Okay, hier ist einfach mal alles tot. Dann kommen halt noch keine Gegner. Da ist ein Gegner. Sehen wir die Schilder ein. Und da kommen auch die gepanzerten Gegner. Gutes gemeintes. Lol. Null Schaden. Ja, wenn du vorne aufs Schild schießt, du musst auf die Beine oder die Arme schießen, auch in den Kopf. Im Idealfall. Nächstes Level. Wormit ist der erste, der das nächste Level erreicht. Ich bin auch ganz kurz davor. Revolver, der nichts bringt. Auf dem Benzintank, auch geht er weg. Wieso? Direkt neben dem Benzintank. Du kannst uns nicht verletzen. Auch wenn du den Benzintank in die Luft joggst, verletzt uns das nicht. Das ist voll doof, die Neu-Schuld. Ja. Ja. Neu-Schuld gefunden. 445. Wuhu. Ja. Rennt nur schön von meinem Raketen. Warum da hab ich? Freie Schiffe. Mach fast null Schaden bei denen. Ja, sofort. Der hat den Gegnerischen geschützt rumgesetzt. Ja. Die Ingenieure können das. Die Lands-Ingenieure können geschützt rumsetzen. Was denn? Wormit ist der da hin? Der ist sogar ähnlich stark wie deiner. Oh, hier sind Explosivregen die nämlich. Wow. Gut. Sollen wir eigentlich auch Signale machen? Irgendwie ausschalten? Weil da hinten kommen wir zu Story-Quests, wenn ich mich recht erinnere. Weil hier ist nämlich auch ne Stadt, die jede Menge Zeug hat. Ja, das bin ich. Wollt ihr ausschalten? Braucht die Nase mal ausschalten, Uro. Treff nur das Schild, bei denen ich treffe nicht anderes. Ne, es ist glaube ich. Lens Infanterie. Äh, ich hab'n 416er Schild gefunden. Ich hab'n 416er Schild. Ey, jetzt rennen immer noch Leute rum, ne? Um hoch, uro. Knallhopper. Hm, nett. Ich hab'n 516er Schild. Flopper-Bursschuss bei dem, ey. 74er-Explosiv-MIRF Dombo gibt's hier, 110, schade Warte, 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 warte Sorry Nächste drüben ab Oh, weggeworfen Hier auch, soll ich da hinten ausmachen Das ist halt immer verbrennen, ey Keife Mach nicht da unten für eine Party Ja, harte und so Tolle Er ist mir gerade weggenommen Kann mich mal jemand retten Achso Ich glaube, Marco macht das, weil er so hinter dir so stand und so War ja was Ja, harte, kann er mal, bis mir jemanden mit Ich wollte die Quest noch kurz machen, ja Ich hab mich jetzt schon ernst deaktiviert Ich hab dann trotzdem ganz gerne Hilfe bei dem Knall-Hauptzentabel Ja, wo denn? Direkt unter dir Hier Das wissen du Ist doch ganz easy Ja, wenn der mit deinem Bomben-Raketen-Werfer da drauf fahrt, der Äh, Alter Er ist gesucht Er ist gesucht Ja Nur halt ohne Inhalt Wie gesagt Wir müssen erstmal auf der anderen Seite von der Stadt den ganzen Spaß deaktivieren Eigentlich Eigentlich Richtig Wie gesagt, Rauchsäulen und so Ach wieso, warum, wozu Weil ja Rauchsäulen Du bist so ein Haufen Spinnst Ah, ich will jetzt fast nur Christi und Hannecke spüren Ich muss mich viele Filo wieder anteilen, ich treffe nichts mehr Das ist doof, in der Tat Ja Maus und Tastatur Nein Gamepad Nein Spieleanstellung Zielhilfe Ein Ich dem ich das jetzt wieder besser hinkriege Pfff Die sei halt synchron umfallen Scheiße Zieh dir das an Geld Money 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 Wow Lass mich raus Ja Hab nicht gleich so Angst Ey Nö Elchina vom Spiel Alter, was ist das für ein riesiges Vieh Welches Vieh? Geht er ganz schnell weg Was für ein riesiges Vieh? Hast du gerade auf dieses Ding neben mir geschossen? Ne, das Ding, was jetzt ankommt Ah, Lancer, schnell harter Verteidiger Tot Hm Hab diese Probleme mit meinem Leben? Guck mal darüber, ah verdammt zu spät Das hat's ja richtig gelohnt Wieviel Zeug hier rumsteht Wieviel Zeug hier rumsteht Wieviel Zeug Keine harte Infanterie, okay, nichts mehr knallhart Warum tue ich eigentlich noch schieben, Mosse? Wieviel Zeug Aus Prinzip Was schießen? Wach gefragt, warum noch schießt Bei dem ist es wieder Normal Aua Aua Die hier halt dahin fliechen Die sind auf dem Spinter Die hier Braucht jemand einen Medikid? Nein, du Arsch Hohohohohohohoho Braucht jemand einen Medikid? Nein Medikid Medikid Wir sind gefehlte Doofbewohner So, Danny, sag mal wie man da hochkommt Wo? Hier hoch Die Waffenkiste habe ich schon geöffnet, aber mehr auch nicht Wahrscheinlich über eine andere Stelle Kleines Problem, Leute, kleines Problem, ganz kleines Problem Wer ist hier drüber? Huh! Stehen rein nach oben Auf weg, ne Kacke Oh, und das ist geschafft Ach nee, hier drüber war's Genau, auf der anderen Seite F-Bahn F-Bahn Was ist denn da drin? Ich rutsche hinten Down-Grün Aber 3000 und 5000, ich glaub die wir doch nie haben, wenn wir doch mitnehmen, oder? Was? Die Schrotflin sind nix wert, die wir grad gefunden haben, wo? Ja, nehmt sie auf und verpuckt was Wo bin ich denn hingefallen? Was soll denn die Karte, ey? Da drüben steht auch noch ne Waffenkiste aufm Dach Ruhe Und was drin, was schön ist Mh Irgendwas, was mehr als grün ist Und was? Ja Kommt mir irgendwie ziemlich zu den Übrigens, übrigens sind wir grad bei den Crimsonlands, die spielen nämlich in Borderlands 2 noch ne Rolle, ne? Also, Gubi, du solltest wissen, was da jetzt eine Rolle spielt Ja, ja Wir sind grad da, wir kämpfen grad gegen die Crimsonlands Wie diese roten Viecher Die Panzer sind die Crimsonlands Ok Deswegen tauchen auch die Helme bei manchen von den Bewohnern in Borderlands 2 auf Ich bin immer drauf kommen, wenn die Lands in GenioRace hinter dir ist einer gespawnt Knallhart WTF Könnte man drauf kommen, ja, aber kommt man halt nicht immer drauf Links, Mogo, links Ab links Ich bin zu weit weg Ach Nicht für mich Verdammt weit weg Blaues SMG Level 22 Verarschen? Ehrlich, mal eben 10 Level unter uns, 11 Level? Irgendwie haben wir hier noch ein paar übersehen, würde ich behaupten, von den Feuern Links, von euch Da komm ich nicht rüber Ist mir zu weit weg Na, kommt doch mal zu mir hinter Kommt doch mal zurück Er schafft das noch nicht, sucht das Feuer Was denn damit? Felix schafft das schon Ich glaube, ich bin hingepennt Was bist du? Nach Ruhe, ich muss mich erst mal sammeln hier Und mein Schild wieder Und mein Schild wieder Indie bin Das hat immer mein Kumpel in der Lehre gesagt Er trifft mich denn hier ständig Wahrscheinlich Gegner Ich bin da schon sicher Ich bin da schon sicher Wurde ich zumindest schätzen Ja Aber irgendwie Happy nicht blind Man, kommt doch zu mir nach hinten Da ist noch eine Waffenkiste drüben Dann holt ihr die Waffenkiste und dann komm hierher Wo komm ich denn da hoch? Komm doch mal zu mir rüber, hier geht's rüber Mann Was denn noch? Hier hinten kannst du über den Zaun steigen, dann kommst du über eine Leiter hier rüber Du musst halt böse herkommen Ops, ich hab's geschafft Oh, ein Sniper, ein einzelnes Sniper, was weiß ist Äh, ja, und ne Klaas, die mir nix bringt Oder die ich nicht haben will Oh, was, ey Ah, da hinten brennt er noch auf Langsam echt mal nett Ja Ich mach Quest Ja, ich auch Die letzte Quest ist beim Felix, das letzte Questteil Verdammt, ich bin in den Sack also gelaufen Dreck Könnt ihr, ist es so schwer für euch einfach mal hier hinter zu kommen? Ich hab grad noch die andere Quest gemacht Also den anderen Quest-Objekt Kann da gar nicht mehr so viel sein hier? Ja, da ist noch Nein, jetzt hab ich das selber geschafft, ey Nee, ich hab dir geholfen, war mein Kill Brauch ich euch nicht mehr Aber trotzdem mein Kill Oh, Waffenkiste So, jetzt haben wir das zugemacht Kannst du mal die andere Quest aktivieren, bitte? Waffenkiste Weil die ist nämlich auch hier Jetzt müssen wir hier nämlich lustig gleich verteidigen Äh, okay Da hat's geleckt Du bist nicht tot? Wow, du bist nicht tot? Schade, du bist nicht tot? Ne Glasmod für'n Jäger Das letzte Fakt bei den Baditen-Patrouillen ausgeschaltet ist Wenn die Leute anfangen, sich für uns zu interessieren Wird die Sache erheblich gefährlicher Für dich, nicht für mich Ich bin hier in Sicherheit Und schlaufe Kamillentee Wir kennen die Legende von der Kammer Und werden dich kaum so einfach da rein spazieren lassen Ich habe übrigens auch Butterkekse Oh ja Ernst, bringen die Butterkekse Na Butterkekse wären eigentlich schon schön Würde aber jetzt gerne wieder alles verkaufen Äh, ja, wir müssen doch nicht verteidigen, das kommt später Oh Dann laufen wir durch'n ganzen Scheiß zurück Ah, Baron Flint getötet sind wir jetzt, okay Das ist glaube ich noch alles hier in dem Bereich Nein, es zeigt, dass wir aus der Kante rausnehmen Okay Müssen wir da hin? Ich hab noch irgendwo Zeit für mich so Nach Salt Flats müssen wir auf Ich kann ja fast nicht glauben, dass ihr nix äh Ich hab nix gesehen Äh, ein Lila Äh Pistole Level 33 Ein Lila was? Lila Pistole, Level 33 Was sind die jetzt her? Achso Lila Pistole Oh, erstmal durch'n ganzen Rucksack durch Toll, die kann ich jetzt auf die andere Seite Boah, die ist nett Du hast nicht genug Platz, ich muss mal kurz verkaufen Toll Äh, kost' aber auch mal eben 147.000 Und? Ja doch, sammeln erst genug, oder? Ah, ja, ist trotzdem leftig Ja, ist trotzdem leftig Ich kann n'klaas nur sein Achso, was ist denn jetzt euer höchstes Schild? 448 449 449 Aber irgendwo ist hier noch n'n Clapture, den man reparieren kann Den müsst ihr eigentlich auch hören Mh Ah, hier haben wir gewonnen Ja, hier haben wir gewonnen Da war auch einer von euch schon Kannst mal aktivieren mit dem Reparatur-Cat? Da einen Moment Nämlich keine Ahnung, wo das hier war Da hast du einen Claptjob gefunden? Ja Was verlieren von mir hier? Ja Also Säure-Schaden hat auf jeden Fall mehr Schaden Äh, Reparatur-Kit, Reparatur-Kit Da hinten irgendwo Wahrscheinlich auch wieder irgendwo oben Ja, hier oben drauf Okay, hier komm ich schon mal nicht hoch, schade Ja Das hab ich vorhin schon gesehen Und dann dachte ich mir so Hä, ist das nicht ein Quest-Objekt? Da konnte ich es aber noch nicht wählen Okay Hier zurücklaufen Yeah Aber da gibt's mehrere Also die gibt's doch manchmal einfach so Platziert, die sehen genauso aus Kissen geöffnet, Kissen geöffnet, ey Und dann einmal Geld genommen Das scheint nicht viel drin gewesen zu sein Ich wollte sagen, scheint nie viel drin gewesen zu sein Ein Spalte-Deck-Upgrade Der Tanz ist mal ne Runde Der Heidende wird dich beschützen Der Heidende wird mich beschützen Der Heidende wird mich beschützen Ihr öffnet ja die grünen Drohnen hier alle nicht In den grünen Drohnen ist eigentlich auch kein Geld drin, dachte ich Ich dachte, da werden wir bloß mal eine Drohnen drin Ich hab grad der Statue dran gefunden Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Im Glück verschwindet das Der hat der gerade? Ich ja Ja, ich bin tot So gut wie Heute bist du noch lange nicht, sag mir erst wie alt du bist Ihhh, dat logic Dat logic Ich bin der Land-Ingenieur. Wir haben gerade alle noch mal aktiviert, oder? Ich dachte, das ist so riesig, dass es, selbst wenn ihr die einmal säubert, irgendwann alle wiederkommen. Ja. Deswegen wollte ich auch eigentlich nur noch hier raus. Jo, raus. 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 Grana. Grana. Ich bin doch schön dabei. Grana. Grana. Vor allem, ich bin hier wohnt und komme nie durch. Ach, Frau Misty, hier. Hilfe. Wo sollen wir hin? Zu dem, wo wir keine Ahnung haben, wo es wieder ist. Oder? New Haven. Oder, da New Haven abgeben und das Slad Flats ist irgendwo anders, wo ich nie, keine Ahnung. Genau, Sword Flats, da waren wir nämlich noch nie. Dann halt erstmal New Haven. Was dann? Aber wir reisen jetzt an New Haven! was dann haben wir mit ihr gefunden, oder? Kann man uns auf die Uhr geschaut? Ja. Wollte auch gerade was sagen. Könnte sie auch abgeben und dann Schluss mal? Wie? Kann man das ja abgeben und dann Schluss machen. Oh Leute! Jetzt nehme ich es wieder auf. Ja. nach jetzt nur von mir die es ist gelettet haben und wer muss uns abgeben hellna pierce wo ist ein halbierst du mag ja bitte kann man sich davon achten mal er hat die kam mit peter petrischer tennis verwechselt und die schwarzen brett von mittel auf die europäer sind wenn wir in der klasse einladen nachschauen ranger klaus und bekommen ja wahrscheinlich wird die ganzen Missionen versorgt wird zu kommen ohne ich habe einen innen Tag bis der Kante rückkauf machen e doch was er hat das ist übrigens auch bei mir äh wenn nicht mehr der Waffenladen hier drüben ist jetzt bei mir auch offen und den kann man auch nutzen da und so hat mir ein Teil oben man konnten halt nur nie nutzen vielleicht gibt es jetzt halt dort bessere Waffen weil hier gibt es jetzt auch ich denke auch nicht gibt es grüne das Level ist wichtig welches Level gibt es denn da? Simons Ranch, Affens Ranch wollen wir noch mal mit auf den Norden und den Quatsch annehmen oder wollen wir es sein lassen für heute? sein lassen für heute, ich will da eins better muss da eins better kannst du dann noch annehmen und dann abschließen halt ne ich will sie bloß annehmen, dass wir das nächste mal alles auf der Liste haben ja ne, dann nimmts an ne, dann müssen wir aber noch mal fliegen, dann müssen wir noch mal teleportieren warum? weil das Mittel auf Nowen nicht hier ist äh ja ohhhh 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 ach, heute war es verdammt milder aus, ne? ja, deswegen in deinen Eltern wahrscheinlich auch gesagt wir sollen mal rausgehen was meine? die meinten mir allen für sich, dass ich halt mir die ganze Zeit so Klotze hängen soll und jetzt machst du es doch wieder mit uns ja, schlechter Einfluss ja, wir sind wieder dran schuld, ne? ist klar schnitzeljagd, machine gun level 30 trivial also wir haben jetzt nur noch level 30 in sword flats ok, na, dann würde ich sagen, ihr verabschiedet euch noch und ich verabschiede mich dann auch noch mit bis zum nächsten mal und vielleicht schaffen wir ja beim nächsten mal endlich mal die Kammer zu finden na, das ließ dich dann von mir. hau ab ich kämpfe nicht mit dir ja, wir können ja noch zum Abschluss eine kleine Karte runter machen ne, ne tschüß tschüß tschüß